Hallo, da sind wir wieder und wir brauchen auf jeden Fall Geld. Der Pavel und noch jemand, den ich glaube ich gar nicht kenne, hat mir Tipps geschrieben. Da bin ich immer sehr dankbar für, weil wie gesagt, bei mir ist Backseat Gaming grundsätzlich erlaubt. Solange es nicht im Befehlston ist, alles bestens. Ich nehme die Tipps gerne entgegen, dann brauche ich keine Guides rumzusuchen, weil ich bin intuitiv nicht der beste Spieler. Das heißt also, ich nehme das an, nur wichtig ist, ich nehme im Voraus auf. Das heißt also, jetzt ist der 24.7., die Folge kommt glaube ich erst Mitte August und ich mache jetzt auch praktisch die Folgen für den August hier mit einer Aufnahmesession fertig. Das heißt, die Tipps kann ich erst relativ spät beherzigen, aber ansonsten gerne weitermachen. Wenn euch irgendwas auffällt, wo ich nicht weiterkomme. Ich nehme es. Der Pavel hat mir auch gesagt. Ja. Ne, was war das? Nein, das will ich gar nicht. Ähm, F. Kann es gar nicht mehr, ne? Bestand Hochküsten. Ne, komm, wir brauchen Ole, also machen wir das. Äh, ja. Oh, ne, komm. Das ist schade, ich hätte jetzt ein Trophäe gekriegt. Hm. So, aber wie es aussieht, muss ich auch gerade nochmal pausieren. Hm. Jo, da ist man mal zwei Minuten am Streamen und schon. Ne. So. Ja, schön. Ähm. Wir machen das einfach mal. Der Pavel hat gesagt, ich darf. Also mache ich das. Ich mache einfach mal den Hänger voll mit allem, was ich haben kann. So ein bisschen Grind einfach. Zack. Na, schön immer küstennah. Einfach nur Kohle, Kohle, Kohle. So. Ah ja, die sind gut. Okay. 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 Jawohl. Das haben wir ja geübt. So. Oh, ich glaube, oh, der ist auch noch super teuer. Sehr schön. Und dann noch einmal. Oh, gleich hier. Und dann gleich wieder zurück. Ahl. Davon können wir noch zwei Stück holen. Eins. Zwei. Das war's. Dann können wir ohne viel Gefahr wieder zurückfahren. und alles zu Geld machen und schlafen. Das ist richtig Kohle. Gut. Allen für mich verkaufen. So. Hatten wir... Ja. Hatten wir sonst noch irgendwas? Warte mal. Die Schiffsbauerin. Ne, wir brauchen ja da alles eigentlich gar nicht. Flexible Angelrote. Küstennähe, Flachwasser. Flachwasser, Küstennähe. Ja. Was ist das? Ozeanich. Ozeanich. Haben wir auch schon. Küstennähe, Flachwasser. Ist aber, ja, besser. Die Frage ist wirklich... Was haben wir denn hier? Magrovenküsten. Magroven. Ne. Die ist aber... riesig. Und die hier? Flachwasser. Ah, Flachwasser. Ja. Plus elf. Plus elf. Die sind ungefähr gleich. Ne, ist die gleiche. Jo. Können wir momentan noch nicht viel machen. Das heißt doch. Wir könnten die... Mit der? Flachwasser plus 44%. Flachwasser. Mhm. Küstennähe. Ja, kriegen wir so noch nicht hin. Gut, ich würde sagen, wir schlafen. Ja. Mhm. Und... Einfach weiter. Die Frage ist... Ja? Wie... ...finde ich... ...den alten Bürgermeister? Naja, wir... Wir angeln jetzt mal. Ja. Ja. Oh. Sehr schön. Glaub ich, ja. Ist gut. Sag mal, die werden ja immer mehr von diesen... ...seltsam. Umso besser. Gut, die ist normal. Egal wie. Ich kann nur noch eine. Dann mache ich es lieber so. Gut. Da brauche ich nicht mehr weiter. Ähm. Haben wir noch irgendwo was Kleines? Kleines. Ähm, ja. Den können wir noch holen, glaube ich. Ja. Aber wir hatten die... Klar, davon gehen auch ganze Menge. Machen wir das nochmal komplett. Wir grinden jetzt einfach, bis wir gut genug sind. Ähm, ja. So. Zwei Stück gehen noch. Gut. Und zurück. Ganz oft nochmal sicher. Zwei Angeltouren am Tag. Schön alles hier. Freifischen. Ich sehe gerade aber, das Schiff an sich will was von mir. So. Fischhändler. Guck mal hier. Richtig Kohle. So, dann. Ähm. Kajüte. Abgeschlossen. Ah, einzig Brücker die. Achso, wir haben den Zyklopenfunder. Genau. Super. Jo. Und weiter. Bis wir den ganz dicken Rumpf haben. Nicht den ganz dicken, aber den nächst dickeren. Schön alles wegfischen. Es kommt alles nach. Ich glaube dem Pavel da. So. Und dann wieder die hier. Gut. Das ist schön. Hier können glaube ich noch so, noch viel mehr. Und ich habe wieder so noch Trophäending. Und hier ist noch weiterer Fisch. Das mache ich. Ja. Oh, Spezial, Spezial. Immer gut. So. Mal gucken, welche Form die haben. Ähm, nee. Oder? Ist das ein normaler? Ist ein normaler, ne? Ja, davon gehen noch. Ja, geht noch einer. Jetzt kann ich wieder nach Hause fahren. Es waren zwei Angelgänge. Öh, nein. Auf Karte. Was ist das denn? Achso. Ja. Ähm, nein. Gar lang. Jetzt hätte ich mich fast schon wieder verfahren. So schnell geht es. Ja, und mehr als zwei Fischfahrten sind etwas gefährlich. Das wollen wir ja nicht. Ich habe es in gewisser Hinsicht auch ein bisschen einfacher gestellt. So, okay. Ach komm, Sicherheitshalber. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Kohle. So. Wir lassen den Story-Aspekt einfach mal weg und sind einfach mal Fischer. Wir machen einfach mal das, was wir sollen. So. Es wird wahrscheinlich auch ganz automatisch ein bisschen was passieren. So. Die kommen schnell nach, aber nicht sofort. Können wir schon mal festhalten. Warte, was war das? Nee. Ach, das ist hier. Gut, okay. Ja, niedrig, egal. Umso besser. So, normal, ne? Ja, die wollen nicht so richtig... Ähm... Spezial, also spezial, spezial sein. Dredge. Okay. Ich hoffe, das ist immer gut. So, Holz, genau. Ah, gut. So. Hm. Hm. Tja, das... Ah, ja. Das war ja simpel. So. Okay, da haben wir nur... Oh, Mann. Komm. Äh. Was? Ernsthaft? Ähm, Moment. Gut, das war's dann auch, weil... Weil... Weil, warte mal, kleine könnte ich noch, ne? Wenn ich hier noch kleine hab... Na, super. Na, super. Komm, komm, wir bringen einfach zurück. Das war nicht so geschickt. Tööööööö. Das ist doch richtig, oder? Ja. Das war jetzt nicht so toll. Aber warte mal. Haben wir nicht irgendwie... Forschung und Ablegen Trockendockschiff bahren. Wo ist denn... So ein... Fange seltene Fische, sowieso. Ja, das brauchen wir doch nicht. Liefer den Fahre. Ah. Okay. Das heißt also, wir müssen einen Aal wirklich verrotten lassen. Und können jetzt eigentlich gleich nochmal... Raus. Immer dahin, wo es als erstes... Oh, nehmen wir. Oh. Ja, haben wir... Haben wir nicht ausgeräumt. Sind wir ganz doof? Warte. Ähm... Ja, okay. Und wieder zurück wegen erwiesener Dummheit. Oh. Mein Sohn Hai, der bringt ein bisschen was, aber... Das war jetzt tatsächlich ein bisschen sehr doof. Hm, 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 hm. Oh, da bringt da wirklich was. Na, genau. Dann, äh, Lager. Nein. So, jetzt einfach nochmal. Ähm, ja. Oh, da ist ja was in der Nähe. Sind das Aale? Ja, das ist so. Dann nehme ich mir noch den Aal. Das ist auch ein normaler Aal. Der kommt ins Lager, bis er verrottet. Klingt brutal, ist aber genau so gemeint. Okay. Wow. Ja. Ich war gerade mal gespannt, wenn wir mal ein besonderes Exemplar von dem hier kriegen. Das ist genau jetzt, ne? Ja. Und wir können auch ein bisschen was stretchen. Ja, okay. Und das war's auch schon. Gut. Na, dann sollten wir jetzt aber langsam. Wieso ist denn jetzt so schnell so dunkel geworden? Wow. Na gut, wir können jetzt hier nochmal schnell zum Eingang nochmal kurz angeln. Ja, die gehen immer. Und einen. So einen. Und noch so einen. Ja, hallo. Können wir nochmal nach Hause. Und sind wieder reicher als vorher. Küchhändler. Verkaufen. Das da ins Lager. Huhn. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Wir haben fast 2000. Was nochmal kostet... Ich glaube, die Singer kosten 500. Dann, ähm... Jetzt habe ich den Aal verkauft. Ich bin doof. Also, äh, 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 äh. Trockendock. Das da kostet allein schon 800. Aber das könnte reichen, ne? Sollen wir es versuchen? Ähm... Wir versuchen es einfach. So. Jetzt müssen wir ganz schnell mal... Die Karte. Ähm... Ja, wir müssen da hin. So. Dann einfach mal hier durch. Denken wir, das ist es. Oder? Ja, und dann einfach gerade aus. Und nein. Eile habe ich mir im Moment noch ein bisschen Angst vor. Oh, das da mussten wir ja eigentlich auf jeden Fall noch kurz machen, ne? Weil da kriegen wir was Besonderes. Aber da haben wir... Auch... Wenn es beim ersten Mal ein besonderer ist, dann ist es okay. Ansonsten... Und dann hören wir auf. Das ist noch schön... Früh. Hm. Ähm... Da ist das Ding, wo wir hinwollen. Mal gespannt, wie viel von diesem Material sie verkauft. Und ich hoffe, dass sich das wieder restockt. Ansonsten hätten wir echt ein kleines Problem. Oder ein großes, ne? Ja. Gehst du bitte weg? Das ist immer da, ne? So können wir hier einfach so anlegen. Okay, dankeschön. Mhm.